Parfum selbst zusammenstellen. Du möchtest dein eigenes Parfum kreieren? Dann bekommst du gleich ein Rezept, das die Bezeichnung hat, Simply seductive, beziehungsweise auf Deutsch einfach verführerisch. Du benötigst folgende Zutaten für dein eigenes Parfum. Du nimmst 6 Tropfen Mürre, 15 Tropfen Jasmin, 8 Tropfen Orangenöl, also jeweils ätherische Öle natürlich, 6 Tropfen Vanillenextrakt, dann Wodka und einen Trichter und ein kleines Roll-on Fläschchen, das ein Volumen von 10 Milliliter hat. Du gibst ganz einfach die ätherischen Öle und den Vanillenextrakt in das Glasfläschchen und füllst das Ganze mit Wodka auf und schüttelst einmal gut durch. Du kannst diese Parfum-Mischung sofort benutzen oder auch einfach erstmal ein paar Tage ziehen lassen, damit der Duft einfach noch richtig gut zieht und intensiver wird. Ich wünsche verführerische Stunden und viel Vergnügen mit dieser individuellen Parfum-Mischung. Das war heute. Du kannst du in den ersten Hüред Magismus reunier. Du kannst du in den ersten Hü.» Du kannst du in den ersten Hückel Hückellastingstrukturen,